den muss man probieren ja aber kannst du dich mal von deinem kleinen leckerbissen losreißen wir sind schon auf sendung ich bin ja schon voll da hallo leute super nahaufnahme für unsere freunde du hast ja noch ein krümel im mundwinkel schon erledigt damit hallo leute ja wie ihr vielleicht schon bemerkt habt dieser sturkopf hier ja und dieser ja diese beiden sturköpfe die haben sich endlich wieder versöhnt aber so richtig vorher gibt es gab es natürlich auch noch ein paar dramen wie er das von uns kennt aber jetzt ja und selbst die haben wir überstanden und endlich gemerkt dass wir immer in unserer beziehung arbeiten müssen nicht nur mal so zwischendurch ja es war echt eine menge los in letzter zeit job becker jeder wollte was von uns klar dass das an die substanz geht aber jetzt nicht mehr wir haben nämlich endlich alles aus dem weg geräumt was zwischen uns stand und jetzt ist das vertrauen wieder voll da und mein ollie fliegt nach new york und deshalb auch diese muffinorgie und das ganze habe ich nur dir zu verdanken warum für deine idee bestimmt aber es war deine idee dass ich doch fliege also ganz kurz für euch rob hat mich gefragt ob wir vielleicht mal zusammen nach new york fliegen wollen und da die party szene abzuchecken ja berufsjugendliche wie rob die machen das nämlich jede woche ja und wegen dem ganzen stress in letzter zeit und weil wir uns über rob ja nie einig geworden sind da wollte ich das ganze schon abblasen bis dieser tolle typ hier neben mir nicht heute morgen mit einem riesigen amerikanischen frühstück überrascht hat nur eine ganz kleine einstimmung auf amiland mit dem er mir sagen wollte dass ich doch fliegen soll weil ich dir vertraue das weiß ich ich weiß auch dass du rob nicht leiden kannst wie schwer es für dich sein muss mich trotzdem fliegen zu lassen ja ja jetzt hör auf sonst wird das hier nämlich das video sprengen also ok leute wir sehen uns wieder wenn ich aus dem big apple zurück bin genau was musst du denn versuch das auszumachen ja leute also dann wir sehen uns bald wieder genau wenn ich zurück kann also ne vielleicht hört ihr mich auch noch vorher wenn ich ein bisschen über ollie rum lästere und das steht die kamera aus